Und im Moment sind wir auch noch bei der Schadensbewältigung und bei der Schadensabwendung. Deswegen können wir jetzt sprechen mit ZDF-Korrespondent Thomas Münden, der in Jülich Nordrhein-Westfalen steht. Münden, Talsperren und Staudämme, wenn wir das recht gelesen haben, sind im Moment die neuralgischen Punkte. Wie ist der Stand hier bei Ihnen? Der Stand ist in mehreren Punkten eher geteilt. Gehen wir mal zuerst zur Steinbach-Talsperre. Die ist eine Naturtalsperre, die hat einen Naturdamm. Und dieser Naturdamm ist gestern im Laufe des Tages an mehreren Stellen durch Regen und durch den Wasserdruck gerissen von oben. Man kann diese Risse aus dem Hubschrauber, das haben wir gestern Abend überflogen, ganz gut erkennen. Und da muss heute ein Experte sich das genau anschauen, ob der Damm trotzdem noch stabil ist. Man versucht da gerade auch Wasser abzulassen, aber das ist natürlich schwierig, weil alle Talsperren im Moment immer noch Zuflüsse durch die Regenmengen erhalten, die sich jetzt langsam dann über die Bäche und über die kleineren Flüsse in die größeren Flüsse ergießen. Da wird man abwarten müssen, da ist die Evakuierung der Bewohner in den unteren Ortsteilen dann auch noch nicht aufgehoben. Bisschen besser sieht es aus, wo wir hier stehen an der Ruhr, an der Ruhr ohne H in der Eifel. Hier drohte die Ruhr-Talsperre überzulaufen, ist dann gestern um Mitternacht auch übergelaufen. Das muss man sich vorstellen wie so eine Badewanne, wo dann tatsächlich mal einfach am Rand voll ist. Dann hat man versucht, gleichzeitig noch kontrolliert Wasser abzulassen, zusätzlich zu diesem unkontrollierten Wasserablauf über den Rand der Talsperre hinaus. Das hätte für die Gemeinden hier im unteren Lauf, Jülich, Düren und alles, was dann noch kommt bis in die Niederlande, durchaus Überflutungsgefahr bedeuten können. Wir sehen hinter mir den Fluss, die Ruhr, doch relativ reißend. Aber, und auch das ist die Nachricht des Tages, da wo sie jetzt steht, hier unten, da wird sie höchstwahrscheinlich auch bleiben. Der Bürgermeister der Gemeinde Axel Fuchs, der Stadt Jülich, der Axel Fuchs, war eben bei uns. Der Krisenstab hat die ganze Nacht getagt und hat jetzt gesagt, die Anwohner, die der Evakuierung gefolgt sind, dürfen wahrscheinlich in ungefähr zwei Stunden zurück in ihre Häuser. Der Strom hier war nie wirklich abgeschaltet. Man hatte nur die Anwohner gebeten, alle Stromgeräte aus den Steckdosen zu entfernen. Viele, wir waren da eben einmal schauen, haben auch alles nach oben gestellt, was man nach oben stellen konnte. Wir konnten da in so eine Küche reingucken. Da war die Arbeitsfläche komplett mit allem aufgefüllt, was man nicht auf dem Boden liegen lassen wollte. Aber, und das ist die gute Nachricht hier für Jülich und für die Ruhr, es sieht so aus, als wäre hier die größte Gefahr erst einmal gebannt. Thomas Münden, ZDF-Korrespondent, herzlichen Dank für Ihre Schilderungen aus Jülich, Nordrhein-Westfalen und für diese etwas beruhigenden Nachrichten. Merci und passen Sie auf sich auf. Danke.